The Devil hier ist ein beeindruckender 3,5 Zoll Schlagschrauber in einem Halbzoll Gehäuse. Er wiegt gerade mal 2,1 Kilogramm und hat dabei eine Kraft von 2000 Newtonmeter. Das Gerät besteht aus einem ultraleichten Aluminium-Kompositgehäuse, hat ein Doppelhammer-Schlagwerk für maximale Leistung. Der Griff ist aus einem Zwei-Komponenten-Material, somit liegt er auch ordentlich in der Hand. Die Umstellung erfolgt per Einhandbedienung und ich habe im Lösen eine Stufe und im Festziehen drei Stufen. Das Gerät besteht aus einem Zwei-Komponenten-Masin-Masin-Masin-Masin-Masin-Masin.